Ich weiß, was mir das wieder heißt. Du schießt doch auf mich! Ja, Mann, du sagst aus wie das Schweineviech da fie. Ich bin Schuhi, kein Schwein. Du sagst aus wie das Schweineviech da. Jo, Freunde, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker-Saga mit Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ich habe mir den über Jedi-Ritter ins Boot geholt, ins Raumschiff geholt, nämlich mich selber. Ich wollte gerade fragen, wann kommt der? Ich bin schon da. Ich bin schon da. Du wirst so abgeschossen, wie der Gute da ist. Pass auf jetzt. Guck ihn dir an und weg. Und jetzt, guck mal, zeige ich dir noch den Hintern und da weiche ich aus. Guck einmal sparsam und weg ist er. Guck mal, da kann der Palpatine Blitze schießen. Natürlich mache ich das. Mit unserer Figur konnte er das nicht. Nee, wir haben ja auch den Episode 3 Palpatine. Ach so. Echt jetzt? Keine Ahnung. Nee. Also Sidious hieß er in Episode 3. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war Sidious. Und Sidious, die Code haben mir eingegeben für Palpatine. Ja, 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 ja. Da bist du schon wieder R2. Du wolltest ja schnell wechseln können, wolltest du ja nicht. Wollte überhaupt nicht wechseln. Wo müssen wir überhaupt schon wieder hin? Finde einen Weg in Jabas Palast hinein. Ja, let's go, da sehe ich uns doch. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, bin ich sicher, dass Lando und Chewbacca das alleine schaffen. Vielleicht sollten wir... Na schön. Aber deswegen muss man nicht gleich persönlich werden. Ey, da ist ein Kaiba-Stein drin. Flash, wie komme ich da rein? Warte mal, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich bin schon groß, ich kann das. Guck mal jetzt. Jetzt geht's. Jetzt komme ich dran. Okay, ich muss irgendwas... Hör doch auf! Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, ich kann den Droiden hier drin steuern. Oh. Oh, und jetzt? Nein, Feuer. Warte mal, kann ich das hier öffnen irgendwie? Ah, warte mal, hier. Ich glaube jetzt hier. Und jetzt? Ich weiß es doch nicht. Der letzte Schalter? Du musst wahrscheinlich einen Droiden oder sowas draufstellen. Irgendwie so einen beweglichen... Aber... Nee, hier ist ja nichts. Nee, das sind fünf, sechs. Und wie viel waren das? Warte mal. Was ist das? Aber... Hä? Muss ich den richtigen Schalter betätigen? Aber guck mal, das... Oder die richtige Reihenfolge? Ah, der ist kaputt. Aber auf dem Palast soll einer sein. Komm, wir da irgendwie hin. Wie hast du das kaputt gekriegt? Wie draufgehauen? Wie ich hab's gerade auch gemacht, aber es ging nicht kaputt. Okay. Ist das... Wo ist denn hier? Warte mal, kann ich mich hier dran festhalten? Nee, da können, glaub ich, ähm... Schrott sammler Netze draufschießen und dann kann man da hochkrettern. Ah. Weil ich mich jetzt nicht täusche. Okay, okay. Das hier, Jabba's Palast, ne? Aber jetzt brauch ich dich. Ich bin hier gerade einmal rumgefahren und guck mal, ob ich hier hochkomme. Aber ich glaube nicht. Was geht denn hier für eine Party? Guck mal hier, ich will mittanzen. Guck mal, hier gibt's sogar Hot Dogs. Let's go. Oh Gott, nein! Oh Gott, das ist ein Gegner. Was ist so einer? Wo bist du denn? Ich weiß es doch selber nicht, Flash. Das scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Ach du, meine Güte. Hat du mal Pinky? Was hat er gesagt? Okay. Hat er gerade eben die aufgemischt? Ja, die habe ich gerade aufgemischt, Alaya. Keine Sache. Nein, ich sie. Ich wollte mir noch einen Hot Dog schnappen, aber ich habe keinen bekommen. Wer bin ich denn jetzt? Ich bin ein Spulimi, du bist Leer. Warum? Ich will nicht wieder Leer sein. Nee. Du musst so wieder Z-3-Büro spielen, wenn du nicht Leer sein möchtest. was das Öl angeht. Let's go. Okay, überspräch ich weiß. Ich habe dir gar nicht mehr zugehört. Ich bin auch nicht, ist okay. Gut. Wie heißen die Schweine? Ich habe mich selbst irgendwo... Ähm... Ja. Der heißt George hier. Wofür habe ich dich denn als Experten, wenn du mir nicht sagen kannst, wie die Gegner heißen? Ja, gerade eben bei dir war Rudolf. Und das ist, glaube ich, Rudiger. Ah, okay. Den Rudi kenne ich. Ich habe den da schon ausgemacht. Echt jetzt? Achso. Und du musst ihn wieder eingeschaltet haben. Toll. Ach, guck mal hier. Damit können wir Gold kaputt machen. Ah, mit so einem speziellen Blaster hier. Ei. Oder weil du jetzt Kopfgeldjäger bist. Nee. Habe ich ja gestern versucht. Nee, habe ich gestern nicht versucht, oder? Stimmt, ob da mit Kopfgeldjäger... Habe ich das gestern mit Dingens Versuch gehabt mit Mando? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal gesehen. Kommst du mal eben hier rüber, Chewie, bitte? Danke. Ich muss eben das Typ mir hauen. Achso, okay, warum? Ja, hat mir nicht gefallen. Die Nase war mir zu lang. Ah, okay. Falls du es wieder heißt. Du schießt auf mich. Ja, Mann, du sagst... Ich bin der Wurkir. Du sahst aus wie das Schweine-Dichter-Fieh. Ich bin Schuhi, kein Schwein. Du sahst aus wie das Schweine-Fieh da. Verwechst du mich doch nicht mit dem Typen, der unten in der Facecam sitzt. Ist das hier? Muss ich hier machen? Okay, gar nichts. Ach, guck mal, die greifen mich gar nicht an, ne? Nee. Weil du explizierst ja normalerweise, Chewie, jetzt da rein. Aber du kannst ja natürlich auch aufmischen, ne? Ich misch die auf, Flash. Weil, was soll? Was kostet die Welt, Digi, Alter? Let's go. Was ist hier? Du musst da drauf schießen. Wieso habe ich eigentlich eine Waffe? Ich bin doch gefangen. Was ist das? Quatsch. Ich habe den Wuckel gefangen. Warum hat er seinen Armbrust noch her? Wollte er nicht hergeben. Okay, alles klar. Jetzt ist er doch wieder gefangen. Ja, aber hier, pass auf. Hol mal raus, die Waffe. Wer hat denn einen Armbrust noch? Die wollte er behalten. Das klappt noch. Nein, nicht. Oh, hast du dir nicht erst in das andere Ding da reingeschallert? Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Bravok, you need solo. Jabba, mababababatuts. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Wenn du Taku, Jabba, now. Geh voraus. Ganz oft muss ich jetzt Bip Fortuna spielen. Was ist das denn? Boah, bitte bring mich um. Oh, ich bin Luke. Haha, richtig gut. Na komm, töte mich bitte. Nein, hau ab. Ich will doch nicht Bip spielen. Was soll das denn? Wie ist das denn Bip? Hä, nein, das war auch eine Laserschwertwand. Vertrau mir. Jetzt sag mir nicht, die Kisten stehen im Weg. Dann breche ich aber zusammen. Sieht so aus. Echt jetzt? Kannst du nicht die Weltkisten langlaufen? Guck mal, ich hätte da gar nicht hintraut. Ich hätte da gar nicht bauen müssen. Genütze, ey. Hammer, ne? Du hättest gar nicht, du hättest gar nicht, gar nicht machen müssen, ey. Was ist das denn für eine Motivation? Du hättest auch irgendwann steigern können, hättest du nicht zerstören müssen. Kannst du mal irgendwas machen und die Klingel ausschalten, bitte? Nein, ich bin Bip, ich bin ein Loser. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Ich glaube das jetzt alles nicht. Ey, was? Hier brauche ich die Macht. Oh, Flash, die Klingel nervt. Tu noch mal was. Tu mal was, Bip. Oh, Hallöchen. Eigentlich die, die da vorsitzt. Boah, das war mal ein Schwein. Und wen darf ich jetzt spielen? Darf ich den Rancor spielen? Bip, vielleicht darf ich den Rancor spielen. Warum? Oh, ich darf das Schwein spielen. Du darfst das Schwein spielen. Es ist alles besser als Bip Fortuna. Du wolltest das Schwein ja gehabt. Ist doch besser als Bip. Ich sag dir nichts. Ich schweige es nicht so cool. Bip nicht. Tu war das Schwein. Tu war das Schwein. Ja, ich opfer mich gleich und lass mich fressen. Nein. Gott. Ich hab nur so einen Knochen hier in der Hand. Das Schwein hat wenigstens nur eine Axt. Ich hab nur so einen Knochen. Hast du vorhin einen Lichtschwert benutzt? Das hast du gar nicht dabei. Das hat er zu den zwei. Du Cheater. Warte mal. Ach so. Stimmt. Weil kann ich hier nicht die Axt hier nehmen, die er liegt? Nee, das ist meine Axt. Das ist schlecht. Frisst mich. Frisst mich. Oh nein, friss mich nicht. Doch, halt doch mal auf Kurs. Dann kann ich ihn nämlich die ganze Zeit schlagen. Ja, das will ich doch fressen. Die Gegner sind auf jeden Fall schwieriger als beim Kirby. Let's Play. Nee, das liegt nun daran, dass du ein Profi dabei hast. Wo geht er denn jetzt? Warte mal, ich konnte auf den Rücken. Jetzt nicht mehr. Mist. Ey, geil, dann machen wir ihn so weg. Wir mussten der Schalter. Ich wollte gerade sagen, du musst der Schalter über die Tür. Boah, dann bist er wieder. ja Oh, Urlaubsfotos, Selfies. Wer macht sie nicht gerne? Gerade war er noch ein Kaktus. So, wunderbar! Ein Plan für Hahn. Level abgeschlossen. Hey Flash, gönn mal von deinen Getränken. Ja, ich hab blaue Milch, willst du? Ja. Nee, warte ich, überleg mir das noch mal ganz kurz. No, hab aber ordentlich Charaktere hier frei bekommen. Kann ich dir deine Gläser runterballern? So, zufrieden? Ja, sowieso. So, bist jetzt wieder normal? Das ist Tarnung, Mann. Das ist meine Tarnung, Heide. So, Freunde, das war's für heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schaut auf Twitch vorbei und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja, da geh ich aber rein hier. Komm mal rein hier, Flash. Ach, wo rein? Hier, hier bei mir. Ja doch, spring einfach drauf, ich nehm dich mit. Ich nehm dich mit auf Reise. Jetzt fuhre kein Doppelsprung. Ja, ich nehm dich mit auf Reise. Let's go. Ciao, ciao. Ich bin durchgefallen. 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 Vielen Dank.